Hallo liebe Schüler, heute geht es um einen Aufgabentyp bei den binomischen Formeln, bei denen einige Zahlen fehlen. Wir schauen uns zuerst an, welche binomische Formel ist gegeben. Ich habe hier drei Teile. Vor dem mittleren Teil ist ein Plus, also ist es die erste binomische Formel. Das gleiche gilt für die Klammer. Irgendwas plus irgendwas in Klammern hoch zwei ist wegen dem Pluszeilen auch die erste binomische Formel. Damit wir uns leichter tun, schreiben wir die erste binomische Formel mal unten drunter. Das heißt, mein 4x hoch 2 ist eigentlich mein a hoch 2 plus 12xy ist mein mittlerer Teil, 2 mal das vordere mal das hintere. Der Kreis ist mein hinteres, also b hoch 2. Das Rechteck ist eigentlich mein a plus Dreieck ist eigentlich mein b. Berechnen wir jetzt also die fehlenden Werte. Mein Kreis ist ja eigentlich das hintere mit sich selbst multipliziert. Das hintere ist im Moment noch unbekannt, deswegen kann ich den Kreis noch nicht berechnen. Komme ich also zum nächsten. Das Rechteck ist mein vorderes. Ich weiß, das vordere mit sich selbst multipliziert muss dieses vordere ergeben. Ich suche also die Zahl, die mit sich selbst multipliziert 4x hoch 2 ergibt. Zuerst die Zahl. Welche Zahl ergibt mit sich selbst multipliziert 4? Das ist die Zahl 2. Welche Variable mit sich selbst multipliziert ergibt x hoch 2? Das ist mein x. Also ist mein Rechteck 2x. Ich darf also hinschreiben. Das Rechteck muss mit sich selbst multipliziert 4x hoch 2 ergeben. Also ist mein Rechteck gleich 2x. Rechnen wir weiter. Dieses hintere und dieses hintere kann ich noch nicht berechnen. Jetzt kommt der Trick. Ich schaue mir meinen mittleren Teil an. Ich weiß, der mittlere Teil ist immer zweimal das vordere mal das hintere. Also zweimal das Rechteck mal das Dreieck. Das Rechteck, das vordere habe ich gerade eben berechnet. Das heißt, es fehlt nur noch das Dreieck und dies kann ich jetzt berechnen. Es muss also folgendes gegeben sein. Zweimal das vordere mal das hintere muss eben 12xy ergeben. Deswegen darf ich folgendes schreiben. Zweimal das Rechteck, das vordere mal das Dreieck, das hintere muss 12xy ergeben. Also jetzt setze ich für dieses Rechteck noch meinen Wert 2x ein. Ich schreibe also 2 mal 2x mal Dreieck ist gleich 12xy. Ich rechne zusammen. 2 mal 2x ergibt 4x mal das Dreieck ist gleich 12xy. Ich suche also die Zahl, die mit 4x multipliziert 12xy ergibt. Zuerst die Zahl. 4 mal welche Zahl ergibt 12. Das ist die 3. x mal welche Variable ergibt xy. Das ist das y. Das heißt, mein Dreieck ist 3y. Kommen wir jetzt zum Kreis. Ich weiß, der Kreis ist das hintere mit sich selbst multipliziert, also das hintere hoch 2. Schreibe ich hin. Der Kreis muss das Dreieck hoch 2 sein. Also, jetzt setze ich für mein Dreieck den Wert ein, den ich gerade eben berechnet habe. 3y. Der Kreis ist also 3y in Klammern hoch 2. Ganz wichtig die Klammer, sonst wird sich das hoch 2 nur auf das y beziehen. Rechne ich also aus. 3 hoch 2 ergibt 9. y hoch 2 ergibt y hoch 2. Mein Kreis ist also 9y hoch 2. Letzter Schritt. Ich schreibe die Aufgabe nochmal ab. Für den Kreis schreibe ich 9y hoch 2 hin. Für das Rechteck schreibe ich 2x hin. Und für das Dreieck schreibe ich 3y hin. Die Aufgabe lautet also insgesamt 4x hoch 2 plus 12xy plus 9y hoch 2 ist gleich 2x plus 3y in Klammern hoch 2. Bis bald.